Das Goldschmiede Atelier Kunststück bezaubert mit ganz besonderen Schmuckstücken. Goldschmiedin Elke Wagner hat sich mit dem Label Seelenfreund auf Kleinode für Tierfreunde und Liebhaber von Geschmeide von hohem Symbolwert spezialisiert. In ihrem Atelier in Heroldsberg werden hochwertige Edelmetalle sowie feine Edelsteine in sorgfältiger Handarbeit zu Schmuckstücken verarbeitet, die im Inneren die Haare ihrer tierischen Lieblinge sicher umschließen. Das macht ihr Schmuckstück besonders kostbar und zu einem wahren Unikat. Die erfahrene Inhaberin berät sie dabei entweder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs im Geschäft oder per E-Mail und Telefon, denn der Austausch ist für die Herstellung dieser kleinen Kostbarkeiten äußerst wichtig. Kunden aus ganz Deutschland und darüber hinaus sind von den Arbeiten des Goldschmiede Ateliers Kunststück überaus begeistert. Überzeugen Sie sich selbst!